Ich glaub hier ist ein Safe-Waffen. Nö, wohl. Hier sind einfach keine Waffen. Ich kann starten. Achso, Bro, jetzt hab ich... Jetzt bin ich ohne dich gefahren, sorry. Ist das jetzt dein Ernst? Geil. Digga. Mein Gott. Du kannst einfach auch rausspringen, theoretisch. Aber ich kann dich nicht anhalten. Ich guck mal in der... Mach mal fürs Klassen. Das sieht geil aus. Alter. Oh, oh, wird schon geschossen. Ich werde beschossen. Bei mir ist ein Gegner. Der auf mich wurde geschossen. Aber da rennt einer rum. Man, wir wollen doch nur Snowboard fahren, Jungs. Chillt. Ich glaub, das ist sogar ein echter Gegner, Digga. Muss los. Oh Gott. Ah, ich kann nicht schliessen. Oh Gott. Das ist zusammen hochfahren. Oder hockleiner, pass auf! Ja, ich seh's. Warte, lass gucken, was er hat, oder? Der in der 1116. Ja, nimm dir einfach. Nimm dir einfach. Nimm dir einfach. Nimm dir einfach keinen. Hier ist denn der vertikale Griff, falls du ihn brauchst. Voll. Oh, die Kiste ist weg. Keine Ahnung, was auch immer war. Moin! Ströme raus. Mann, wir tanzen. Mann, dann machen wir einen Tanzball. Ey. Fallt auf 1000 Meter Höhe. Mach mal eine Ego-Perspektive. Oh, Lochel. So geht's. Wieder. Lochel, kurzes Lalo. Oh mein Gott. Oh, da fährt ein Auto. Da fährt ein Auto. Nicht schießen, nicht schießen, nicht schießen. Oh. Jetzt warten wir das. Jetzt fahren sie. Ich hab ne Granate, Bruder. Ja. Kriegst du jetzt denn da? Einer hat drei Hits bekommen. Oh mein Gott. Hier sieht es so geil aus. Oh mein Gott, ich bin so schnell. Weil mir lagts. Oh ja, das laggt echt. Hier steht ein Auto, Linus. Also. Also das ist ja das Auto. Aber das laggt halt noch absolut. Oh, ich schritte? da machst du das ich hab's was du da ist aber das auto steht ja noch da sind noch welche auf 230 und schön bei mir sind noch welche die es ja die sind klappt es noch also das ding packt da noch ein bisschen bei mir aber an sich ist es eine geile geile sache da war es doch nur wenn der gegner drin ist oder ich mich da du musst dich wiederbeleben der ist hat abgebrochen kommt noch einer habe ich doch erst dann habe ich schon aus mädchen gedrückt und dann war es 0,001 sekunden zu früh jetzt landet davor das ist gut alle geht schon mal läuft ich glaube bei uns gesehen oder nicht schließt fertig das noch einer pass auf ich gehe hier in den baum rein nicht der bucket ist gut machen brauchen wir dann noch ich habe es gesehen eigentlich schon oder ja nein achtung achtung er hüpft jetzt irgendwie zu den häusern pass auf wo ist da hin ich wollte nach hinten geüpft nach links oder was oder noch mal aus den häusern nach links du hast nicht mehr wo er ist ich auch nicht aber der ausgelacht ist doch noch dort ich bin 30 40 meter bis zu hause ich bin im roten haus ja läuft hoch auf dem platz haupt du hast gesehen du hast gesehen ach da ist schlecht trifft nicht trifft nicht ok zwei sind es dort sollen wir mit dem buggy wegfahren oder Nein, ficken wir auch, ob wir überleben oder nicht. Einer ist noch leicht links. Sind wir außen an der Mauer entlang? Oh, stark. Nein, ich kann, oder? Aber immer gucken, dass die, dass die smoken hier. Ja, vielleicht haben wir gedacht, wir sind da noch, dachten wir dann, dass das eine Granate ist. Ich puste mit der Schrohfrente rein, gell? Nein, nein, warte mal erst mal, ich schmeiß noch Granaten rein. Ich hab keine. Scheiße. Soll ich noch eine Mauer füllen? Ja, ich warte hier unten. Holz hat es bei mir gebackt, ja die ist absolut großartig. Ich mein von der Blendgranage hoch. Blendgranage hochgeschmissen. Gut. Achtung, ein bisschen. Ich hab da. Da sind beide im Hinterraum. Der eine ist im Hinterraum. Der eine ist im Hinterraum. Ich glaub, die sind beide im Hinterraum. Die heilen sich. Einer ist unten. Kommt hoch. Der blockier mich nicht. Der war doch nicht gut. Hey! Digga! Ich hab ihn. Muss ich mich erst heilen? Nee, das krieg ich hin. Digga, der war an der Treppe gesessen. Ich fies einmal. Und auf einmal war der da. Der Feinde stand. Der hier. Ja, ich. Genau. Da. Ist du ein? Ich bin drüber, ja. Der lädt aber die Landschaft nicht. Deswegen fliegt der so komisch. Der schaut noch nach 2.60, äh 2.30 nach hinten. Ich nehm ein Pucki. Pass auf, Digga. Hier steht ein Pucki. Ja, bitte. Kommt der Mate. Wo? Easy, Digga. Hier steht ein Pucki. Oh, der läuft. Also? Ne, ich glaub nicht. Oh, ein 8er. R, Digga. Hier ist noch eine K. Hier ist eine K. Prost. Dämpfer-Scharfschützengewehr. Hier ist noch ein 6er. Da ist noch ein Luke-Drop. 125. Der nennt es 6er, wenn du das willst, gell. Ne, ich hab noch einen 8er. Auf 2.65, 2.65, zwei Stück. Yo, safe. Achtung, der hat mich geholt. Der, ich hab absolut erst nur einen gesehen. So bin ich komplett safe. Ah, da müsste ich mich holen. Töger, einer reicht doch. Wir werden recyceln. Wir werden recyceln. Irgendwie am besten. Ja, keine Ahnung, wir werden jetzt kommen in der Zeit. Ich nöge einfach einen aus. Ich nöge einfach einen aus. Achtung, auf 2.30, der haben, glaub ich, einen. Der hat immer noch geschossen. 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 Ich glaub, einer wurde ausgenockt. Ich bin mir nicht sicher. Naja. Oh, wo war der Spasti geschossen? Der andere. Ah, da steht er. Vom, vom Hügel. Wo? Läuft da. Weiter rechts. Daneben. Ah, hinten ist noch einer. Pass auf. Ja, zwei Leute da. Und dann noch irgendwo einer, Linus. Also die zwei und noch irgendwo eine. Hit. Der hintere. Hit. Der andere. Der weiß. Am Baum ist noch einer, glaub ich. Wo? Wir müssen auf die an das Mock aufpassen. Die sind dann so an der Scheißhörte bestimmt. Ja, das ist nur noch einer, Linus. Wenn da noch einer gibt. Ja, es sind dann nur noch fünf ab Leben. Eins, zwei, drei. Ja, dann sind das alle. Die zwei da oben und der Spasti an der Scheißhörte. Ja, und ist da einer an der Scheißhörte ist die Frage. Weiß ich nicht. Das ist die Frage. Deine Schau wird 22. Und Baum piekt. Was? Als ob das kein Hit war. Ich finde den Baum nicht mehr. Wunderschön. Goometern. Der halten Netz. Joanna. 2 Meter. Oh, das ist schitzig. Noch mal ein bisschen cycle. ist echt scheiße wenn du nicht genau weißt wo der andere ist das wieder am baum weiß nicht ob die gedacht haben dass ich gecycelt bin ich bin hier hinten na wo ist abgeschossen ich weiß nicht ich habe es aber keine ahnung von wo ich weiß es nicht auch von der hütte kann es fast gleich sein wurde gemeint hast dass der einzelne ist das aufgericht und ich schießt nicht auf mich jetzt haben sie jetzt ist zwar die sparte real this time ich komme da musste ich habe ich da genau das war läuft nicht richtig das war keine eigenen smokes die da oben glaube ich nicht da läuft dann ich habe noch was geht ja 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 lol hast du hast du die unter das sieht man jetzt auch dinge